Das Wort, was es am ehesten beschreit, also Ups und Downs auf beiden Seiten, da ist definitiv noch Potenzial nach oben. Das aber ist die vierte 180 von Daryl Gurney. Und das sieht wieder sehr gut und sehr einladend aus. Das sind sechs Perfekte von Daryl Gurney, überrascht uns der Nachmittag erneut. Gestern ja, James Wade, nach fünf Jahren mal wieder einen neuen Darter. Vielleicht exakt 24 Stunden fast, ich bin hyped, ich bin immer noch hyped. Doppel zwölf, Daryl Gurney!